Hallo meine Lieben, heute habe ich euch diesen Look hier geschminkt. Der ist ein sehr braun gehalten, vor allem jetzt für den Frühling und den Sommer, wenn man mal ein bisschen bräuner aussehen will, vor allem bei sehr sehr heller Haut, die ich habe. Und ich denke auch einige von euch haben werden. Ich habe dazu auch ausprobiert, ganz neu, von Rivalde Loop, der Rossmann Kosmetikmarke, von der Fashion Look LE, die Contraint Palette mit diesen drei wunderschönen Farben hier. Das sind alles Creme Produkte. Die kostet so um die 3 bis 4 Euro und ja, ganz viel Spaß bei meinem Video. So, Haare zurück. Ich habe einen Monster Pickel bekommen, es ist so schlimm. Ich hasse es. Naja, dazu gibt es ja meine Hälfelein. Den Concealer. Gott, ich wusste gar nicht, was ich ohne Concealer tun würde. Ich trage heute mal wieder kein Make-up, weil ich euch einfach auch zeigen möchte, dass man nicht immer Make-up tragen muss. Auch wenn man nicht eine wunderschöne, makellose Haut hat, muss man sich nicht unbedingt mit Make-up zu klatschen. Ich finde natürlich Haut vor allem einfach viel, viel schöner. Und meistens reicht Concealer auch durchaus. Doch, ob's, ob's. Gut. Dazu trage ich einfach großzügig Concealer unter meine Augen. Das war jetzt übrigens der Astor Perfect Stay Concealer. Den gibt es aber leider nicht mehr. Deswegen, ich habe ihn auch reduziert gekauft, wie ihr sehen könnt. Dann kümmern wir uns mal um meinen Monster Pickel. Ich habe übrigens hier in der Mitte noch einen zählen Pickel mal. Einfach nicht weggehen möchte. Dann mache ich hier aber noch von meinem dunkleren Concealer einfach drüber. Das zupfe ich dann wirklich nur ein. Also ganz weg bekomme ich ihn auch nicht. Aber, Leute, jeder Mensch hat mal einen Pickel. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht schon mal einen Pickel hatte. Deswegen kann man schon mal hier den sehen. Gut. Dann natürlich abpudern. Vor allem hier unten die Kinnpartie. Damit das einfach besser hält. Unter den Augen natürlich auch. Weil viele Concealer, beziehungsweise die meisten, in meine Augenfältchen kriechen. Dann machen wir weiter mit der Contouring Palette von Rivalde Look. Ich dachte mir, ich probiere das mal für euch aus. Ich glaube, die kostet 3 bis 4 Euro. Sieht auch in der Ase wirklich echt gut aus. Sind alles cremige Texturen. Schauen wir mal, was die so drauf hat. Dann gehe ich in diesen helleren Ton. Und konturiere damit meine Nase. Wie das aussieht. Und auch hier, da sieht einfach eure Lippe auch voller aus. Dann gehe ich in den helleren Ton nochmal ein Stück drüber. Verblenden tue ich alles mit dem Soeva Flux Face Paint Brush. Die 109 ist das. Also ich muss sagen, in der Kamera sieht das jetzt viel dunkler aus, als es eigentlich ist. Lässt sich wunderschön verblenden. Ich merke nur, dass ich ein bisschen Fell dafür bin. Browse ich mein Gesicht noch etwas. Wirklich nur etwas. Ich finde, das sieht... Ich hoffe, das kommt in der Kamera jetzt so rüber. Aber vor allem für Anfänger sehr, sehr gut geeignet. Weil es ist zwar gut pigmentiert, aber nicht zu schlimm pigmentiert. Und man kann es top verblenden. Man kann es so gut verblenden. Also wenn... Schaut zu Rossmann. Ob ihr die noch bekommen könnt. Probiert sie aus. Hätte ich nicht gedacht. Aber die ist wirklich toll. Dann als Base für meine Augen nehme ich mir den Colour Tattoo von Maybelline in der Farbe On & On Browse. Damit es jetzt ein bisschen setten kann, mache ich meine Augenbrauen. Erst kem ich sie durch. Dann natürlich fixieren wir das Ganze mit dem Essence. Wie heißt... Legend Brow Gel. Ich finde, manchmal ist mir die irgendwie zu flüssig. Kennt ihr das? Die sieht dann auf dem ersten Blick immer so nass. Also wenn die Augenbrauen nass. Ich muss mich da mal umschauen, was es noch so in der Drogerie gibt. Dann nehme ich von P2 diesen Lidschatten. Peanut Butter Biscuit Nummer 20. Den hellsten Ton davon. Und gebe ihr den in die Lidfalte. Unten natürlich auch. Ich nehme jetzt einfach den selben Pinsel. Müsst ihr nur vorsichtig sein, dass es nicht zu dick unten wird, wenn ihr eure Blendepinsel nehmt. Dann gebe ich in das äußere V mit so einem ganz spitzen Pinsel das dunklere Braun. Aber den selben braunen Ton gebe ich auch unten an meinem Wippernkranz entlang. Dann nehme ich mir auch mal den Blendepinsel und verblende das dunkelbraun. Dann nehme ich aus der The Nudes Palette diesen ganz matten, hellen Ton und gebe es hier unter meine Augenbrauen. Einfach um das Ganze noch aufzuhellen und ein bisschen zu verblenden. Dann gehe ich mit meiner Wimpernzange und biege meine Wimpern. Dann nehme ich die Clumpify Extensions Fall Slash Effect Mascara. Vom Nux Factor ist die. Die trennt eure Wimpern wirklich schön. Und ich muss sagen, die ist perfekt für die unteren Wimpern. Man kommt super hin. Gibt auch gut Länge, den unteren Wimpern. Aber natürlich muss ich drüber die Maybelline Let's Session Mascara auftragen. Weil ich einfach den Effekt von dieser Mascara so sehr liebe. Sie hat wirklich den Fall Slash Effekt. Bei der stimmt einfach alles. Gut. Dann trage ich Blush auf. Da habe ich von einer LE von letztem Jahr, glaube ich, Catch the Glow. Den Blush 010 Beach Beauty. Und der hat so eine wunderschöne Farbe. Passt natürlich auch super zum Oberteil, Leute. Ich finde der zaubert so richtig so das Sommerfeeling. Dann machen wir eine Nude-Lippe. Weil ich das zu dem Look einfach sehr, sehr schön finde. Und, also, da habe ich übrigens den Catrice Lip Pencil in That's What Rose Would Do. Und darüber gebe ich von Essence XXL XXXL Long Lasting Lip Gloss in der Farbe. 06 Soft Nude. Ganz wichtig, ich habe Highlighter vergessen. Dann nehme ich von Catrice Absolute Eye Color. Die Farbe 340. Ups, Nude in der GEM. Der ist leider reduziert und ist aus der Theke raus. Vielleicht könnt ihr euch noch ergattern. Den trage ich mit dem Foundation Brush von Real Techniques auf. Und auch über den Lippen. Hätte natürlich vorher machen sollen. Naja. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder am besten abonniert einfach meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.